Du bist unbarmdoller Uses Mist, ich hab meine Ulti, ich will nicht sterben, ich hab meine Ulti Nein, 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 nein Herzlich Willkommen zurück zu Overwatch mit Nephias Hallo! Ich hab grad überlegt, warum ich Mei bin und auf jeden Fall ein bisschen random heroes Ja, ich war auch so, oh Risa? Risa? Hä? Ja, wenn man da überlegt, was spiele ich jetzt, was spiele ich jetzt? Jaja, genau. Aber die Mei ist ja gebufft worden hab ich noch gar nicht gespielt, die neue Boah, jetzt zwei Divas Ist klar Alter, da ist ein Somba drin Ana down Oh, ich hab den Helden in den Gogo da gespielt Oh, nice Das ist auf dem Punkt, Leute Okay, cool, hier ist ein Somba Ich brauch die Link Samras rechts rum, in der Mitte jetzt? Ja, Ana ist auch noch da Äh, ne, wie ist das auch verpeilt McViv kommt von rechts Oh, oben ist ein Torbjörn Ja, jetzt nicht mehr, wo bist denn du? Bleib doch hier weg Bei meinem Geschütz Ähm Ich hab's McViv, komm von links Höh, Job Die Mercy gesehen? Ich werd die mal rausholen hier Ich seh da nix, weil da 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 siehst du nix Nee Oh, McV, über uns Ich wusste, der läuft denn wo lang Ich wollt mich grade umstellen Du weißt, ich hab meine Ulti Ich will nicht noch nicht sterben Ich hab meine Ulti Nein, 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 nein Höh 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 Ist das selbe, dass man im Dings Nein! Überraschungshelden seine Ulti hat Was, warum ist denn jetzt hier ein Soldier? Gerade war da noch ein Dings Danke, May Hanzo? Oh, natürlich ist dann McViv Oh, haben wir nen Heiler? Ja Du musst kurz rausgucken Du musst kurz sneaken Hook, mach! Ja, war doch schon auf dem Weg Ah, hinter mir ist Ja, ist nochmal aus oben Ich bin unter Feuer Ich hab' dich Ich hab' dich Aber die Symphonen nehmen jetzt weg Nein, nun Nice, May Oh, nein, du hast Was hab' ich? Ich du Yorisa Yorisa zieht den McViv auf die May-Eiswand Und er hätte fast alle getötet Ach so Ana kommt von hinten Hast du nen Turret? Hast du nen Turret? Ne Jetzt mittig hab' ich einen Haben wir zwei Torbjörn? Oh! Ich hab' dich geheilt, Papa! Papa? Oh Gott! Das ist ein Anso Okay Du bist Du bist down Okay, ich werf' Rüstung hier rein in den Haufen Ich will endlich meinen Turret aufstellen Ich hab' Uldi Sombra ist links Ja, war klar, dass sie sich teleportiert Ja, nice Teleportiert Haben wir doch gut hingekriegt mit zwei Torbjörns Ich hab' echt zwei Boah, der Doomfist, ey Zum Glück war der zu schlecht Einer hat mich überrascht Einer hat mich überrascht Ich will nicht mehr Torbjörn sein Ich will Ich will nicht mehr Torbjörn sein Aber umbringen bringt ja nichts Ne, der Sponsor nochmal Das war die Qual Da hat Jeff sich gedacht, wir quälen die Spieler mal eine Runde Jeff sagte Wie quälen wir die Spieler richtig? Wenn ich mich wenigstens als Torbjörn auf den Turm setzen könnte Das wär' ne geile Ult So, wiiiihiii MULTENKORN Und dann drauf reiten Haben wir drei Torbjörn? Ne Ich dachte, weil drei Sprays waren Aber das waren nur zwei Und der eine wurde umgesetzt Drei Torbjörns, ey Sechs Torbjörns Das ist die Zukunft Ach, ich hab ja ein Schild Setze Future Setze Future Sehr gut Sehr gut Oh, ich bin down Der Hanzo Die haben Hanzo Kanzo haben die Mit Skatter Oh, oh lol Sombra Oh nein So, die Rüstung liegt auf dem Punkt Oh Sombra Ne, aber das hier hinten ist gehackt Aber nicht von mir Das in der Mitte? Ja Ne, das ist ein feindliches gehacktes Mädchen Ja, das ist nicht von mir Die haben zwei Sombras, kann das? Zwei Sombras und zwei Bäschen Ja Bäschen, oh Gott Oh Gott Oh Gott Sieben HP, ey Muss mich heilen Der eine Torbjörn hat sich umgelegt Okay cool Ja Bringt ihm nur nix Und was hackt ihr da hinten? Ja, da hinten ist die Sombra Die eine andere Die ist wieder unsichtbar Ich bin down Mein Turm trifft, was? Mein Turm trifft, was? Die haben jetzt den Tracer Hast den Hanso Den Hundjäger Gib mal Oh 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 leil Ich wurde gehackt Gehackhackt Bist du down? Mhm Warum bin ich denn schon wieder Bäschen? Das Spiel will mir was sagen Ja Geh Bäschen, sagt er Ich hab nur Defense Heroes gespielt Bisher Die ganze Zeit Er hat den Hook versaut Ja, er hat voll daneben gehuckt Er hat gegen die Wand gehuckt Der Labben, Alter Das sehe ich in der Lootbox Ich auch Ähm Hast wieder ins Glas gepinkelt, ja? Ja Und ich guck mir das an Das Schwert ist total kacke Der Skin ist total doof Also der Skin ist eigentlich cool Das Schwert ist doof Das Schwert ist so fett, ne? So dick So kurz und dick Ist kein richtiges Ninja Schwert irgendwie Ein Samurai Schwert wird auch noch passen Aber das hier ist ein Naja Nja 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 Müsste eigentlich noch ne Runde dranhängen, ne? Ja Ich gibt's kein Geld Ich sag's bloß Blizzard zahlt doch erst ab 15 Minuten Sonst gibt's kein Geld Blizzard zahlt das Gerüchte Und pro Minute kriegen wir dann extra Geld Also erst ab 15 Und dann pro Minute Ich krieg am 30. des Monats immer 100 Lootboxen geschenkt, du, ne? Gratis 100 Lootboxen Ja eben, ja Von Jeff persönlich Über sein Battle-Net-Account Was hast du denn hier für ein Bild gepostet? Aber du bist Platz 5 geworden? Ja, obwohl ich auch 18 Kills hatte Du hast aber... Und ne bessere KD Ne, aber guck dir Platz 2 an Du bist aber 14 Mal gestorben Ja, aber guck dir Platz 2 an, der ist öfter gestorben Ne, du bist 14 Mal gestorben oder nicht? Ich hatte 7 Assists und bin 14 Mal gestorben Oben ist einer höher als ich mit 21 Mal gestorben und weniger Assists Ja, der hat aber mehr Kills Ne, 18! Ja eben! Das ist totaler Müll, das System Da hat er dich öfter getötet als Duin Das ist Quatsch! Das wäre das Einzige, das Einzige, was ich sehen würde Das ist einfach, wenn du 18 Kills hast und ein anderer, neuer, kommt auf 18 Kills Überholt er dich Das ist totaler Müll, das ist ein Müllsystem Das wäre meine Lootbox gewesen heute Also die habe ich jetzt sowieso Die du jetzt sowieso hast Weil ich sagte, könnt auch jetzt aufnehmen und du dann Naja, dann, wenn's sein muss Ich bin gestorben am Dings Wow War aber gut, ich war Doomfist Jetzt bin ich Zenyatta Zenyatta Was soll ich denn als Junkwit gegen die Widow machen? Ja Ja, nix, ich sterbe einfach Junketown Wir kommen nicht durch, wir haben keinen Tank Doch, warte, wir haben Diva WTF Der Diva kann doch mal vorpushen Der Diva kann doch mal vorpushen Der Diva kann doch mal vorpushen Ich geh jetzt rein Ich geh jetzt rein Okay, du hast meine Heilung Ich geh auch rein, ich bin hinter dir Ein Kilometer hinter dir, aber ich bin hinter dir Der ist discordet Ich weiß, aber die sind alle hier Ja, ich bin down Okay Unsere Sombra ist durch Ah, okay, guck mal Jetzt Jetzt sprechen wir Jetzt sprechen wir Ah, komm Skatter Ich muss gegen die Widow kämpfen Wir haben auch eine Widow Warum passiert da nix? Oh, jetzt haben wir Zaya Bleib mal langer Hanso Vielleicht nehmen wir die Ult zusammen Ähm, was ist Soldier hier vorne? Am besten sterben Warum sind denn jetzt alle auf einmal hier rechts auf der Seite? Die haben zwei Reihenhans, kenn das? Jetzt haben wir noch einen Hanso Easy Game Ah, das wird er hier vorne Oh, endlich ist er weg Oh, Doomfist ist useless Hä, Doomfist wurde davon nicht erwischt Die haben zwei Doomfist Sehr gut Wie, wie war das deine Ulti? 44, das dauert bei Zaya ewig Wenn man nicht gerade die beste Zaya EUW ist Oh Gott So wie du meinst du? Reinhard, von oben! Nein, ich bin down Ach, scheiße Er hat noch halbes Leben Ich hatte, ich hatte 80% Ah, naja, jetzt bin ich wieder Moira Nice Trial, Reinhard Oh, endlich ist Reinhard weg Let's go Die haben Bastion und einen Torbjörn Ja, Brudu, ich würde auch zum Dings laufen und nicht auf mich wei- Also ist das so Das ist mein Weg Wir müssen um die Menschen zu progessen und müssen die Objektiv Die Feindungen auf meinem Radar, das ist viel besser Ich habe die Objektiv Ich habe die Objektiv Ich habe die Objektiv Ich habe die Objektiv Okay, das schaffen wir Das schaffen wir Das schaffen wir Ja, wenn unsere Brigitte jetzt durch einen Nicht-Hilat ausgetauscht wird Weil die ist auch tot, dann wird das nichts Ja Jawoll! Solcher Good Job Game Das schaffen wir Ich versuche jetzt hoch zu gehen und die von oben zu machen Du musst einfach nur eine von den beiden Mercys die sie haben Oder den Zen Okay, oh wie ist das weg? Aber die wird gerest, oder? Hier wird keiner gerest Oh Bastion, geh nicht so weit nach rechts Äh, Hanso, Hanso und Mercy Zwei Mercys, ein Zenyatta, ein Bastion Die haben keinen Tank mehr Ein Hanso Die haben keinen Tank mehr, ne Okay, sehr gut Oh Bastion Mercy down Zen down Sehr gut Bastion down Mercy down Okay, cool Sehr gut, Punkt eingenommen Das war überraschend Da muss die Mora einmal kommen, man Die haben zwei Soldiers Wir haben keinen Tank, ne Ja, ne Doch, wir haben D.Va Zollgerdown Sehr gut, da hat mich ein Gegenstuhl Die haben da den der winsten war am campen wow ich hab genji und ich habe die haben keinen einzigen helden der Ich halte dich er ist discordet ja ich weiß ich hab aus panik reflektet er ist runter geschwungen Discord orb ist weg Oh lucio Also Jetzt haben die ein gutes die haben gutes line up eigentlich Okay jetzt haben wir jetzt haben ein paar tanks Wir haben auch zwei picks Das okay das okay das okay ich bin ich bin ein schild Wir haben zwei Ich bleibe da jetzt einfach Risas Schilddauer aufdauen zwei Bastions da können die nicht alles aus Brigitte hat ihre ulti gemacht Die omnics kommen Oh ich muss weg Oh wieso habe ich das keine ahnung was ich da jetzt gemacht habe Ich wollte slice and dice aber es hat nicht so gut funktioniert Wow Diva schmeißt deine ulti doch auf den punkt Oh ne Zwei Bastions ein Torbjörn Zwei Torbjörns Ah die haben die Widow Awww Ein Bastion Down Sie können immer mehr benutzen Armas Komm geht es Oh Oh ist der slow Jetzt hat er seine ulti gemacht Hinter dir Nefi Hinter dir Hinter dir Jetzt ist Jetzt ist Awww Können die anderen auch mal was töten und nicht nur rumlaufen und verwirrt sein Oh jetzt haben wir ne Mercy Es könnte ein gutes Lineup werden jetzt Wenn wir kurz warten Farrah, Mercy, Mei Farrah, Mercy Combo vielleicht Oh mein E verkackt Na wir haben noch ne Minute wir haben auch eben gedacht wir hätten verkackt Nein ich hab mein E verkackt meine ich gerade mein Meinen Boost E Ich hab ne Widow Das ist nicht gut Ah ne haben sie gar nicht Oh lol Nein fertig Oh nein Oh nein Oh endlich ist der Rotog weg Okay Der haben Rigette und Rotog Rigette und Rotog ist ja endlich weg Jetzt haben sie wieder ne neue Brigette Die neue Brigette ist weg Oh oh Das könnte klappen Mercy rest mich Oh Gott Mercy rest mich doch Okay es ist kritisch in dem Moment Rezen aber Tu es Nein ich bin down Aber ich glaub wir haben es Komm Ja Oh bitte haltet das jetzt Nice Boah zweimal fast gedacht dass wir verlieren Ich wär sehr nerter gewesen Ich dacht schon Oh shit Nice Team Thanks Ah jetzt hat er seine Lootbox gekriegt Die Mei Ulti ey Da hat sie aufgeräumt Da hat sie aufgeräumt Da hat sie aufgeräumt Da hat sie aufgeräumt Wir gehen jetzt auch aufräumen Es ist ja scheiße mit Abmoderation Vielen Dank fürs Zusehen Nur für dich Bis dahin Haut rein Das war's Ja Nein Das war's Du bist Lecker